Budapest bedeutet für mich Hitze, viele Bodenwellen und keine Zeit zum Ausruhen. Budapest, 4,4 Kilometer, 70 Runden, alles in allem 306 Kilometer, vier Geraden, drei langsame Kurven, eine Überholmöglichkeit, Top Speed, 315 kmh. Ja, willkommen in Ungarn, willkommen in Budapest, los geht's, eine Runde im Red Bull Formel 1 Simulator. Hier kommen wir die Zielgerade entlang, runter zur ersten Kurve, eine Spitzkehr, hart angebremst und dann merken wir es schon, es schüttelt. Es hat unheimlich viele Bodenwellen in Budapest, es ist eine der härtesten Strecke für einen Fahrer. Hinein, in die zweite Kurve, dritter Gang, es geht bergab, das Auto schiebt, man muss warten, geduldig sein, aber wieder früh ans Gas, um den Speed mitzunehmen, auf die Gerade. Dann geht's leicht berghoch, es kommt eine blinde Kurve. Rechtskurve, viele, viele Bodenwellen, das Auto ist extrem unruhig, man muss wirklich aufpassen mit dem Gaspedal. Man sieht schon, es gibt eigentlich keine Pause hier. Eine der härtesten Strecken im ganzen Jahr, viele Bodenwellen und keine Zeit für uns Fahrer, uns auszuruhen. Nächste Kurve, fünfter Gang, extrem schnell. Weiter geht's in die letzten beiden Kurven hinein. Man muss dem Auto Zeit lassen, die Vorderachse braucht Zeit, es hat unheimlich viele Bodenwellen. Der Grip reißt immer wieder ab, hinein in die letzte Kurve, wieder warten, 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 bis man wirklich ans Gas gehen kann, voll über die Randsteine am Ausgang und man wieder über Beistazier ist. Das war eine Runde in Budapest. Das war eine Runde in Budapest.